Musik So, alle Leute, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wiederum es Testerin und zwar mit einem weiteren Unboxing. Und zwar kommt das Ganze diesmal von 24proshopping.de Auf dieser Website gibt es alles von Computerzubehör, Smartphonezubehör, Speichermedien, Strom, alles mögliche, am besten ihr schaut einfach mal vorbei. Also es gibt da wirklich alles, was man braucht. Jetzt aber zu dem Inhalt, wir machen das Ganze erstmal auf, um zu schauen, was hier so drin ist. Ich weiß, es ist schon, ja schon. So, hier haben wir erstmal einen Gutschein für Vista-Print, vielen Dank erstmal dafür. So, und dann ist die Tüte auch schon leer. Ihr werdet euch jetzt denken, was ist denn das jetzt hier? Und zwar ist das das Case für das iPad 2, zweite Generation sozusagen. Das Ganze noch auf. So sieht das Ganze dann aus. iPad kommt, sobald sich Apple mal ausgekäst hat. Vielen Dank an 24proshopping.de Link ist unten in der Beschreibung, sowie der Link zu dem Produkt. Machen wir schon mal schnell den Dummy hier raus. Also das Case ist sozusagen durchsichtig. Es ist beweglich, also so ein Silikon-Case. Weiteres, wie gesagt, dann im Review. Ich finde das Case schon mal sehr gut, fühlt sich wirklich sehr gut an. Review wird dann folgen, sobald das iPad da ist. Okidoki, das soll es aber auch schon gewesen sein. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an 24proshopping.de. Ein wirklich sehr cooles Team. Geschwindigkeit im Versand ist wirklich Höchstleistung. Gestern noch die Adresse geschrieben und heute ist das schon im Briefkasten gewesen. Das ist wirklich Wahnsinn. Jo, das soll es aber auch schon gewesen sein. Man sieht sich oder mich und ciao!